Seit 1987 bin ich auf der Mittelplade. Das ist mein Leben. Normalerweise soll das ein bisschen anders sein, aber bei mir war das wirklich so. Also da steht wirklich Herzblut drin. Sehr viel sogar. Mittelplatte ist eine Erfolgsgeschichte. Eine lange Erfolgsgeschichte, die noch lang weitergeschrieben werden soll. Sehr viel Öl gilt es hier noch zu fördern. Dieses Öl, an das wollen wir ran. An das Öl ranzukommen, hier im Wattenmeer, in einem umwelttechnisch sensiblen Gebiet, das ist eine riesentechnologische Herausforderung. Meine Hauptaufgabe hier ist, für Sicherheit und Ordnung zu sorgen. Um uns herum leben Tiere, Menschen. Hier ist die Natur. Und es ist uns ein Selbstverständnis, dafür zu sorgen, dass die geschützt bleibt. Dafür tun wir alles. Die Mittelplatte ist eine richtige Insel. Und sie wurde extra für diesen hochsensiblen Bereich konzipiert. Wir stehen hier ja nicht auf Stelzen, sondern wir stehen hier auf sicherem Boden. Das Bauwerk ist wie eine Betonwanne konstruiert, mit meterhohen Stahlwänden rundherum. Es ist eine Burg, aus der nichts rein oder raus kann, wenn wir es nicht wollen. Sicherheit ist natürlich hier im Weltnaturerbe sehr hoch. Deswegen ist es sehr wichtig, dass man das Öl ohne Probleme zum Laufen bekommt. Das können wir mit unserer Bohranlage leisten. Dafür ist die konzipiert worden. Das ist die Konzipiert. Musik Im nächsten Jahr ist die Bohranlage gut gerüstet, sehr gut gerüstet sogar. Wir fördern hier seit 1987 störungsfrei Öl. Das Öl kommt aus 2400 Meter Tiefe. Es ist flüssig und heiß, wenn es aus der Erde kommt. Derzeit fördern wir fast 60 Prozent der deutschen jährlichen Erdölförderung aus. Wir haben fast 26 Millionen Tonnen schon gefördert, ungefähr 50 Prozent der Lagerstädte. Wir sind also knapp um die Halbzeit. Das Wattmeer ist mein Zuhause. Normalerweise bin ich 48 Stunden draußen, vier Stunden zu Hause, 48 Stunden draußen, vier Stunden zu Hause. Vor der Mittelplatte sind meine Fangengründe. Rund um die Mittelplatte herum. Die Krabbe von hier ist die beste Krabbe überhaupt. Die schmeckt am besten, ja den besten Eigengeschmack. Das ist Nordseegold. Gold der Nordsee, so wird es ja auch genannt. Und die Mittelplatte, zwei, drei Kilometer ist das Feld voll erschlossen, teilweise auch schon ausgefördert. Und danach muss man immer weiter. Das Feld ist sehr, sehr groß. Das Sicherheitskonzept auf der Mittelplatte ist weltweit einmalig. Der Bohr- und Feuerbetrieb ist mit modernster Technik mehrfach abgesichert. Wir machen natürlich unsere ergänzenden Sicherheitsrundgänge. Das Zusammenspiel zwischen Mensch und Technik, das macht hier die Sache rund und so sicher. Wir nehmen ein Bohrloch, bohren das bis zur Lagerstätte und zweigen das unten auf. In Deutschland ist dieses Wissen einzigartig und wir sind auch mit Innovationen teilweise weltführend. Mit der Mittelplatte haben wir absolut keine Probleme. Die sind doppelt und dreifach abgesichert, die passen auf und die sind penibel, die sind richtig penibel. Unter höchsten Sicherheitsstandards sind wir hier in der Lage, seit fast 25 Jahren störungsfrei zu fördern. Das ist eine gewaltige Leistung und wir sind richtig stolz darauf. Das Öl ist aus meinem Leben nicht wegzudenken. Das ist das Produkt, wofür wir hier sind, wofür wir alle Anstrengungen unternehmen, um das aus der Erde zu holen. Wir wollen ja schönes, frisches, natürliches Öl. Wenn das dann wirklich läuft, dann ist das wirklich gut. Aber dann konzentrieren wir uns schon wieder auf die nächste Bohrloch. Ja, so ist das. Geht immer weiter. 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 Geht immer weiter.